Hallo, ich bin der Ingo von Hashplay. Ich bin dort der CTO oder wie gesagt Chief Technical Officer und quasi für das Produkt verantwortlich bei der Hashplay. Und ihr habt den Award für Entertainment gewonnen? Ganz offensichtlich haben wir den gewonnen für unsere Plattform, mit der wir Spiele, aber auch Unternehmen inzwischen in die virtuelle Realität bringen. Ganz, ganz leicht und quasi per Klick. Virtual Reality kommt ja gerade sehr in Mode. Was können wir da noch erwarten? Ja, der Markt fängt ja gerade erst an. Ich glaube, es wird dieses Jahr noch ein bisschen ruhig werden. Die Geräte kommen alle dieses Jahr eigentlich erst in Massen auf den Markt und dann sehen wir, wie es sich entwickeln wird.